Dhamakasana, die Stellung des Schmiedes oder die Stellung des Strahlens und der Majestät. Setze dich auf den Boden, beuge dann die Knie und gib die Fußsohlen auf den Boden. Dann gib die rechte Hand auf das rechte Knie, die linke Hand auf das linke Knie und halte aber den Rücken relativ gerade. Das ist Dhamakasana, eine schöne Stellung, die du zum Beispiel machen kannst zwischen zwei Meditationssitzungen, vielleicht auch bei längeren Vorträgen oder eben auch, wenn du sanfte Massage der Bauchorgane verbinden willst mit einer sanften Dehnung im unteren Rücken.